Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 10. August 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1058, heute mit den folgenden Themen. Bloomberg, South Park, U, SpaceX, Router und PI7. Zu allererst Bloomberg, die haben wieder mal ein bisschen Richtung Apple TV geschossen. Anscheinend, laut ihren eigenen Aussagen, soll Apple kein wirkliches Ziel mehr, keine Vision mehr vor Augen haben, wenn es darum geht, was eben die Apple TV und die ganze Geschichte, was darüber abläuft, funktioniert und tut. Man hat nur ein kleines Hardware-Update ausgespielt mit der neuen Fernbedienung, den grossen HomePod eingestellt und den Mini beibelassen. Irgendwie sei das nicht ganz so das, was man möchte. Und ja, man hätte erwartet, dass unter anderem zum Beispiel auch ein HomePod mit Lautsprecher in einem Display kommt, mit FaceTime-Kamera etc. und so weiter. Ja, manchmal sind Dinge, die man wünscht und Dinge, die man bekommt, nicht das Gleiche. Sicherlich werden wir, oder hoffentlich werden wir im Herbst jetzt dann mit iOS 15 und allem drum und dran ein bisschen was sehen. Ich glaube aber erst, dass wir ab, ja, nächsten Sommer dann auch dieses ominöse HomeOS, was immer wieder mal ein bisschen rumgurkt, an der WWDC sehen könnten. Vielleicht auch schon früher, wer weiss, wir können uns ja überraschen lassen und schauen, wohin das die Reise geht. Und South Park, kennt ihr das noch? Wusstet ihr, dass die, ich habe es nicht mehr so im Kopf gehabt, haben 1997 schon gestartet sind? Wenn ich eigentlich richtig zurückrechne, stimmt das? Ich war noch in der Lehre, damals als Bäcker, Konditor, und da habe ich mir jeweils einmal pro Woche diese neue Serie reingezogen. Und ich habe sie geliebt. Die gibt es immer noch. Die sind schon weit fortgeschritten, wie ähnlich Simpsons, die es auch schon seit gefühlt 100 Jahren gibt. Und die haben jetzt einen grossen Deal an Land gezogen. Sie dürfen insgesamt für 900 Millionen US-Dollar weiterhin Content produzieren. Dazu gehören 14 South Park Filme, 6 Staffeln, also 6 Staffeln South Park mit jeweils 14 Einheiten und noch Videospiele etc. Alles mögliche. Schöner Batzengeld, der da zusammengekommen ist. Aber da sieht man mal, was da noch alles drin steckt. Dann habe ich euch einen kleinen Artikel geschrieben zu der Fintech-App You, der Schweizer Fintech-App, was man darin alles für Kryptowährungen handeln kann. Da ich immer wieder mal gefragt wurde und es mir leid wurde, immer wieder Screenshots zu verschicken, habe ich dazu halt einen kleinen Blogpost geschrieben. Und habe mal, um es einfach auszuprobieren, in einige dieser jeweils 1-2 Franken reininvestiert. Mal schauen, jetzt werde ich dann bald so Millionär. Haha, Scherz am Rande. Genau, dann gibt es Neuigkeiten von der SpaceX. Das ist ja von Elon Musk, seiner Firma, das neueste Baby. Und da haben sie jetzt zwei der einzelnen Teilstücke, welche bis jetzt erforscht wurden oder in die Entwicklung gegangen sind, zusammengeknüpft und zu eben der neuen Rakete zusammengestellt. Und die hat eindrucksvolle 120 Meter Höhe. Ist somit die grösste Rakete, die bis jetzt gebaut wurde. Und das ist ja das Teil, womit man dann schlussendlich irgendwann dann mal in Richtung Mars fliegen möchte. Ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. Gadgets, die ein bisschen grösser sind, würde ich mal sagen. Dann gibt es anscheinend wieder eine ziemlich unschöne Schwachstelle in diversen Routern. Welche, das da betroffen sind, das dürft ihr am besten in daily.geektop.ch auf der Webseite zu der aktuellen Folge oder im Podcast eures Vertrauens nachschlagen. Im Link ist da ein Stadt-Bremerhaven-Artikel verlinkt, wo eben drinsteht, welche Geräte das sind. In der Schweiz weiss ich nicht, welche Geräte das da betroffen sind. Das sieht man unter anderem in Deutschland sind Geräte von Vodafone und nochmals irgendwas. Telekom, genau. Speedport lese ich etwas. Also wie gesagt, am besten mal reinlesen, was das genau ist. Und ja, am noch besseren kauft ihr mal einen anständigen Router. Wer Interesse hat, pokipsi.ch. Da habe ich das ein oder andere Modell von einem oder anderen Hersteller ausgiebig für euch getestet. Und ich habe es überprüft. Zumindest die sind nicht auf der Liste mit drauf. Also somit könnte man da sicher besser fahren. Zu guter Letzt noch einen kleinen Hinweis zum neuesten Video von mir. Die Bauern zum Wilkins PI7 True Wireless In-Ear Headphones der Spitzenklasse. Aber ob sie die Sennheiser, meine absoluten Favorites, ablösen, das könnt ihr wie gesagt in diesem Video nachschauen, wenn ihr dann möchtet. Oder im Artikel dazu nachlesen. Der ausführliche Testbericht folgt dann später mal, wenn ich mir damit ein bisschen mehr Zeit habe gönnen können. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.